Wenn wir unser Land nicht der bevorstehenden Tyrannei hingeben wollen, müssten wir handeln. Die Drache ist unsere letzte Hoffnung. Was sollen wir denn jetzt machen? Wenn es ihr weiterhin so schlecht geht, können wir nicht weiter. Und alleine lassen können wir sie auch nicht. Thorondor versucht an die Macht zu kommen. Was er im Guten nicht bekommt, Habt sie nicht! Die Beste mit Gewalt hat sich. weil wir zwei es keinen, können wir das nicht machen. Wenn